Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde League of Legends mit unseren kleinen Charakteren. Penissen. Penissen. Wie ihr hört, haben wir den Mitchell ausnahmsweise dabei, auch mit seinem kleinen Account. Ihr dürft jetzt raten, wer es ist. Ist es der Edz Gamer, der Pico Byte oder der Obstkorb? Die Leute, die wissen natürlich jetzt schon, wer es ist. Das ist natürlich der Obstkorb. Weil ich mit einem Kollegen einen kleinen Account gemacht habe und er hat seinen Account Brotkorb genannt. Und ich habe dir... Ne Kä... Wer hat der Brotkorb? Doch. Brotkorb oder Käsebrot. Ne, Brotkorb war das genau. Und ich habe gedacht, scheiße, wie nenne ich dir meinen zweiten Account? Wie mache ich das denn? Da war das noch nicht so mit Mitchell und bla. Und dann habe ich den Obstkorb genannt. Dann haben wir es gezogen. Brotkorb mit Obstkorb. Auf einer Lane. True Story. So ähnlich wie jetzt mit BK Sonder und BK Klaus. Ja. Auf jeden Fall habe ich den Mitchell mal gerade mit hier hingeschleift. Weil ich habe gerade mit ihm aufgenommen und er wollte dann halt noch eine Runde LOL mitzutocken. Ich habe auch gesagt, wir nehmen auf die Kleinen. Und dann hat er gesagt, er hat auch noch einen kleinen Account. Okay. Und dann passt das. So. Wir spielen übrigens Darius das erste Mal. Niki? Ja. Das erste Mal. Ansonsten noch Malza, Wukong, Twitch und Heimerdinger. Gegen Choga, Dwayne, Darius, Lee Sin und Cassardine. Und wir sind Level 10. Damit ihr nicht immer nachfragt. Ja. Wir sind zur Zeit Level 10. Wo ist 11? Nochmal zur Klarstellung. Ich bin immer noch ein Junge. Zeig mir eine rechte Herausforderung. Na also ich bin Level 11. Muss ich sagen. Also das ist ein guter Zef. Ja gut. Das würde ich fragen immer uns nur, weil das ja unser Level 0 bis 30 Spiel ist. Mhm. Und deswegen. Aber erst Level 11. Deswegen passt er noch da rein. Können wir so machen. Ich geh bitte ne. Metsche. Also normalerweise fang ich übrigens mit Meister nicht mit dem Ring an. Fang ich nochmal so auch mit Schuhen, zwei Haltringen und ein Manner-Pot an. Aber auf dem Lobby-Account nenne ich ihn jetzt mal vorsichtig. Gib mir das mit dem Mannerick immer unheimlich auf den Sack. Gucken wir mal. Ich hab noch gar nicht gelesen. Ich war grad am... Am... Tippen. So. Mal aufpassen. Was haben wir denn hier? Wäre ich mit draufgegangen, wäre er tot gewesen. Aber nein, er wollte ja nicht. Ah, ist auch so tot. Sehr gut. Schön gemacht. Fuck shit. Ich wollt ja nicht... Ja. Ich wollt ja den ja nicht haben. Für das Blatt hätte ich dann gerade... Ärgerlich. Na ist für ihn aber auch gut, weil er muss ja rumrennen. Mhm. So. Alles. Wie soll ich denn da hochgehen? Ähm, als erstes Q. Q, ne? Ja. Aber als erstes Kill vielleicht... Wow. Oh, geh weg. Oh really? Nein, ärgerlich. Oh really? Ärgerlich. Allerdings. I hate you, Schatzkassner. Reicht auf Bear 88. Warum machst du denn einen Face-Check? Ich hab's ehrlich gesagt nicht aufgepasst. Da geh ich nicht. Juhuuu. Ich wollte den... Der Darius ist ja fast down. Den wollte ich eigentlich killen, aber... Aber selber. Ich hab grad wirklich gar nicht aufgepasst. Der Unterschied ist, ich komm weg, du. Nicht. Wer darf denn den Kill geben? Darius oder den anderen? Darius. Ah, 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 ah. Ne, du skillst Q als erstes und ähm... Ah, die sind beide ein bisschen tanky, ne? Dann würde ich äh... Jetzt also einen Vorteil haben, das Randziehen einmal als... Als zweites Kill das Randziehen machen. Also das ist dann eh. Weil Sloan bringt uns jetzt nichts, weil die eh im Vorteil sind. Das loben wir die nicht. Weil die uns ziemlich sonst verprügeln. Zeig mir eine extra Herausforderung. Ein Gegner wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. Muss auf, dass ich nicht von Darius rausziehen. Stell es auf die Funde. Ah. Schön. Ah, zieht der mich? Nein. Okay. Kannst einen ranziehen? Als wüssten sie, dass der Twitch hier ist, ne? Ja, wissen sie. Tja, au. Woher denn? Ja, vielleicht haben sie es ja irgendwie gesehen. Keine Ahnung. Jetzt haben sie ihn auf jeden Fall gesehen. Ist das alles, was die zu bieten haben? Ich gehe gleich einen ran. Na, versuch mal. Ich bin bereit. Nein. Ich muss noch klarkommen mit dem Ding. Ja, ja. Das ist eh. Die Reichweite ist nicht so groß. Ich sehe schon. Jeder Fehler ist eine Lebe. Komm. Wunder. Wunder wundervoll. Ich meine Da. Genau. Und jetzt. Und jetzt. Krug. Nachfolger. Einfach. Einfach. Abfühlen. Einfach. Abfühlen. Nicht weggehen. Lass die Samuels nicht weggehen. So, perfekt. Danke für zwei Kills. Also da muss ich das immer drauf machen, weil du lebst von dieser Blutung, die du drauf machst. Außer natürlich siehst, dass es nichts mehr wird, dann solltest du weggehen. Eigentlich kann ich mal Dicke auch mal sagen, was er machen muss. Ist toll. Liegt aber nur daran, dass ich den Dario schon ein paar Mal gespielt habe und sie noch nicht. Keine Sorge, wenigstens nach zwei Spielen hat sie einen besser drauf als ich. Kassadin ist momentan noch nicht so gut. Ich meine, gut, kann man noch nicht so sagen, weil er Level 5 will. Aber wenn er dich jetzt ranzieht, dann ist es schlecht. Hat er das noch nicht geskillt, das Ranziehen? Nein, nicht. Weil der nicht reingezogen hätte, hätte der Tower noch mal auf dich geschossen. Jeder Fehler ist eine Nähe. Ja, mach mal. Auf, Darius, ne? Ah. Ach, verdammt. Ich komm nicht mehr weg. Nein. Doch. Entschuldigung. Ich hab von mich die ganze Zeit raus. Ich hab keinen Heilsrang dabei, verdammt. Ja, ich wollte eigentlich den Exhausten, aber ich hab den Darius Exhaustet. Ja, Doppel Exhaust, Alter. Ja. Haben wir vorher nicht abgesprochen, wer wen macht, ne? Na ja. Na ja, das war halt. Ich mach nicht. Ich bin hier dran. Mitte miss. Okay, wieder da. Ach, kostet nicht so schön. Kann man so schön auscountern. Einfach pushen. Einfach pushen klingt gut. Ist so. Pass auf, der andere Darius müsste auch gleich wieder da sein. Da ist er. Mit Malzer zu pushen ist ja nicht die Kunst. Pushst sich da quasi von allein. Ach, verdammt. Warum geh ich denn da hin? Du gehst auch da rein. Ja, weiß ich auch nicht. Ich wollte dir helfen, weil ich sehe, dass du... Aber... War doof. Bitte miss. Ich wollte eigentlich auch direkt auf Weg drücken, aber hab ich irgendwie nicht hingekriegt. Das hat sich der Darius gekauft. Ah, der geht auf Full AP, äh, Full AD. Das heißt, er will nur Schaden machen, der Darius. Also lass dich nicht auf den Zweikampf mit ihm ein. Besonders, wenn er dann noch das Schild von dem, ähm, die ich hinkriegt. Fünf, sechs, okay. Ah, fünf, sieben. Ich hab's angesagt. Oder geschrieben. Ich geh mal kurz ein Wort setzen, ne? Keiner, keiner da von denen. Ist keiner da, ähm. Hm. Ohne Flash ist so sch... Na, ne, echt. Ja, hast du halt noch nicht. Hast du das so? Aber ich komm noch nicht klar, weil ich dann fast nie mit Spiele spiele. Der wär so tot gewesen. Ich hau immer den anderen dann, wenn du den... Ich hab Ult hier, ne? Ich auch. Das ist echt mies. Ich fahr mal zurück, ich brauch Mana. Ich hab eh nicht mehr und... Ah, kein Risiko eingehen. Ich fahr da gar nicht weg. Haha, 2000 Gold. Dafür hab ich ein 4-1 schon. Ich hol mir mal Red, ne? Wenn du da einfach dann rüber rennst, ist alles gut. Ich denke, mit Level 6 müsste ich Red eigentlich schaffen. Er ist jetzt top. Ich schreib's mal auch für die beiden unteren. Bist du rechtzeitig da? Ja, ne? Ja, ja. Alles ist gut. Die haben doch auch keinen Jungler, oder? Ne. Der ist immer noch nicht 6, okay? Der ist ja auch schon zweimal gestorben. Oh, und das meiste ist so ärgerlich hier. Kommst du klar, oder muss ich hochkommen wieder? Ach, ich komm mal lieber. Ich kann hinterher immer noch in den Jungen gehen. Wir haben schon wieder bei den... ...gesmited, den gleichen. Fuck, aber auch da. Okay. Ich hoffe noch, dass ich fertig fährt und zu fallen. Okay. Mh, kannst du ja den Knau oben. Nein, Tower. Ja, doch nicht. Bin ich heute irgendwie der Reporter oder so? Was ist denn jetzt? Kommt gut. Du pullst alles schon ran, das machst du gut. Oh Mann, ist der Schläger, hätte mich locker töten können. Du kannst den Schemperl noch nicht, was willst du denn? Ist doch gut, was du bis jetzt machst. Ich kann, kann ich aber gut. Gut supporten, ja. Okay. Und ich kann halt den Wukung auch sehr gut, deswegen... Und ich wohne ja, wenn ich da die Kills kriege. Gehen wir mal da drauf? Oder holen wir uns eher das hier, ne? Wir brauchen mehr Attic. Was willst du machen? Ja, kannst du nicht unterwegs sein. Ja, ist erst top, ne? Genau, kannst du das miss? Da ist er. Ich krieg das denn nicht. Du willst blau haben? Ja. Ja, schau. Das ist halt nicht. Wo ist Twitch denn da weggegangen? Ich denke, Darius ist jetzt von den Junglern. Ja, das wird es. Dann geh ich auch so lange ein bisschen junglen, ne? Du machst das da oben schon. Wo ist Kassadin? Er war so gut wie tot. Kam hier an und hat direkt einen Button 0 gefressen. Dann wegs fort. Brauchst du oben Hilfe? Soll ich kommen, oder? Hat einer von den beiden blauen, ne? Hallo, 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 hallo. Haben die mich gesehen? Die haben mich gesehen, doch, doch. Sonst wären die nicht so angekommen. Genau da, ne? Ja, die haben da irgendwo ein Wort stehen. Die sehen dich sowieso. Pass auf, pass auf, pass auf. Boah, ich hab mal einen gekillt. Hast du mit? Nein. Ach, doch, du hast ihn in Darius gekillt. Frechheit. Warum gehen die auch hier hin, wenn da kein Tower mehr ist? Hilfst du mir eben, Blau? Ja, nisch mache. Mein Platz ist an der Spitze. Passt, alles gut. Danke. Ich denke, das Spiel werden wir wohl haushoch gewinnen jetzt. So, können wir gleich noch eins machen. Jo, sieht so aus. Aber das ist auch der Darius, jetzt geht halt voll auf AD, ne? Von denen. Wo ist er? Ja, guck mal, Dorians Blade hat nichts zur Verteidigung. Er hat auch die Schuhe. Das ist Fail. Du gehst auf Frozen Melod, ne? Ja. Das ist vernünftig. Wolltest du die haben? Oh, Rot ist wieder da. Das ist gut. Mein Rot ist nämlich gleich abgelaufen. Das geht ja gar nicht. Pass auf hier. Siehst du, ne? Der Darius da kommt, ne? Das ist Darius. Entschuldigung. Der heißt ja nicht so. Weiß ich nicht. Kann schon sein. Ich nenne ihn ja Darius, aber... Der kann auch mal so Darius heißen. Lass mir auch noch was übrig. Oh, die Wayne. Warte, warte, bis ich da bin. Okay, ich bin da. Hast du mir den jetzt geklaut? Ah, schlecht. Eis. Du hast mir den Darius geklaut. Das war eigentlich mein Kill. Zuerst kommt mal zuerst. Du traust jetzt die Creeps da hinten, die drei. So wie ich tatsächlich habe ich die angekriegt. Ja, ja, weil ich es angekündigt habe, sonst. Komm, trau dich. Hubschi. Hast du Stun, oder? Ja. Ich will nicht genug leben. Ich bleibe mal ein bisschen weiter hinter euch, oder? Aua. Ich bin tot, ich bin tot. Juhu, Overgrease. Wir wollten zu viel, einfach. Run, Heimer, run! Oh, I prefer to lose with honor. Ich würde jetzt weggehen, Heimer. Jetzt würde ich sterben, Heimer. Jetzt muss Twitch dich noch... Jetzt kommt Twitch, pass auf. Ulti. Killen und danach wieder unsichtbar machen. Das ist jetzt seine Idee, wa? Das ist dann der Spitz. Klaut er mir wieder, mein Killer? Nee. Gut. Wollte schon sagen. Oh, ich habe meinen Doppelwaff wieder. Haha. Der hatte den, zufällig. Ist ja praktisch. Ruhe, keine Sekunde. Ich hoffe doch, die haben Kopf verstärkt. Ha! 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 Zeig mir den Weg. Ansonsten wäre ich es top, wenn wir genug farmen, dann bist du jetzt wenigstens auch stark. Ah, die werden die Mitte nicht verteidigen. Wo sind die Vayne? Die Vayne ist weg. Ich bin so ungefähr, wenn wir genug für uns zu tun haben. Wer sch裁t mein Können in Frage? Ach, das ist eine Vayne. Guter. 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 Ha! 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 Und mit Heimer zu pushen ist so schön. So chillig. Surrender. No. Als könnten die noch einen Blumenpopf probieren hier. Ein Torgebot machen. Wahrscheinlich. So ist Mitchell so ruhig. Genau. Habe ich auch nicht. Der konzentriert sich so. Habe ich ihn doch noch getroffen mit meinem DG? Okay. Der kann doch nur forten, der Asse. Kassadin kommt zu euch. Schade. Zum Rauspolen ist es ganz schön schlecht. Das ist einfach zu kurz dafür. Da hast du heute mit klein zu kurz. Ja. Nein, da ist zu klein zum Rauspolen. Noch mal shoppen gehen. Ich habe auch schon wieder 2000 Gold. Aber ich hole mal rot und dann gehe ich shoppen. Kannst du mir auch mal einen Drachen halten? Äh, nö. Wir haben auch einen Weg nach oben. Außer sind die alle beschäftigt. Die willst du ihn wohl alleine hinkriegen. Oder? Ja. Ich werde da an dem noch verrecken. Ja, gut, du hast ja mit dem Löschen. Ich hätte mir gerade mal so auf die Items geachtet. Du musst, wenn du Kuh machst, ein Stück rausgehen. Sonst triffst du nicht richtig. Weißt du, weil du machst ja mehr Schaden, wenn du im außenen Kreis bist. Na, schaffst du. Ah, du hast noch keinen Dorian's Blade, ne? Okay. Das hole ich mir zwischendurch halt immer für ihn. Halt nicht als erstes Item, sondern halt zwischendurch. So ganz klassisch nach Anweisung, wie sie im Spotlight gegeben ist. Nein, unser Tower! Oh, Heimer, du bist tot. Ist das alles, was die zu bieten haben? 12 was ist, ey? Es gibt's. Doch, es gibt's. 12 was ist. Meine Reise beginnt. Ey, das farmt ja hier einfach mal die Sachen weg. Richtig, halt. Ruhe, keine Sekunde. Die sind hier im Jungle. Hm. Oh, doch nicht. Oberen Jungle sind die, glaube ich. Naja, da war ich gerade. Da haben sie kurz vor mir die Wölfe gemacht. Ah, die haben sich hier rot geholt. Okay, da sind jetzt bestimmt Golems noch welche. Ne, sind sie auch schon abgehauen? Okay. Ich komme, ich komme. Nicht wegrennen. Ja, nur getrollt. Wollt ihr in den Busch und so tun, dass ihr nicht weiterrennen, weißt du? Aha. Auch Darius, da scheuchst du doch nicht. Die hat doch Angst. Kannst du Torwart hängen schon, eigentlich? Der gute Affenmensch. Oder was sagt Sips immer in seinem Intro da zu Donkey Kong? Boah, weiß ich gerade nicht. Ich habe keinen Mana mehr. Ich porre nochmal zurück auf die Verein, dass ich hier nichts mehr mitmachen kann. Weil die ja schon fertig gemacht habe dann, aber ist ja egal. Na, ich porre auch nochmal weg. Ja, Niki, wie gerade umgebracht, habe ich gerade noch so im Augenwinkel gesehen. Ja. Richtig nicht tragisch. Wir beschaffen ihn. Und bei Taro. Ja, und Heimer schlägt auch, weil er kein Mana hat, einfach. Zu zweit Barron schaffen wir nicht, weh? Ach, Quark. Du hast doch kein Live Leech. Nicht? Ne, stimmt, habe ich nicht. Ruhe, keine Sekunde. Hm, Nesha, klar. Das haben wir gerade schon besprochen, du. Hättest mal besser zugehört. Er hat raus gelernt bei der Aktion gerade. Ärgerst du schon wieder den Kassadin? Ja, der gibt ja gar kein Gold. Der gibt ja gar kein Gold, ist geil. Mach mal eben Nesha, kommst du da hoch auch? Der Twitch hat schon mal angefangen. Oh, Twitch, du Idiot. Oh mein Gott, Twitch. Komm, mach jetzt mit. Ne, komm, das vergessen wir. Hör auf. Der macht ja Schaden ohne Ende. War du alleine da? Ja. Ja, der Twitch auch vorher. Anstatt er wartet, weißt du? Just a joke von Nesha, okay. Der Feeder, Nesha. Ich bin nur hier, damit ich's anlocken kann. Nein, falscher Knopf. Ich mach auf jeden die Ult drauf und sterben, bevor die Ulti die erreicht. Tja. Gewonnen Na komm, wo seid's? Tschüss Tschüss